Passt auf, wen ihr euch reinzieht, so. Guckt da genau hin, wer welche Sachen verbreitet, wer über welche Dinge redet, wer für was steht, so. Nicht in den letzten Tagen so, passiert bei UFO361. Start mir, wird der für mich am schlimmsten. Guck mal das an, Digga, wie kannst du sowas posten, Digi? Ein normaler Mensch, Digga, jeder hat Gott in seinem Herzen drin. Ein normaler Mensch, der Gott in seinem Herzen drin hat, der würde niemals einen Livestream machen und so ein Bild einposten die ganze Zeit. Nicht für Promo, nicht für gar nichts. Ich möchte sagen, es will Digga. Völlig morgens, chill. Digga, der ist verloren, der Bruder, ja? Ich hab ein kurzes Video am Start hier, irgendwas mit UFO361. Einer hat doch in den Chat letztens, Andrew, du warst es doch, oder? Du hast doch letztens im Chat reingeschrieben, dass der irgendwas im Livestream mit Teufels-Vibes und so, ne? Jetzt hat einer in den Discord was reingeschickt, was das Thema so ein bisschen aufgegriffen hat, Digga. Und ich hab gedacht, wir ziehen uns das mal kurz rein hier im Stream. Geht nur zwei, drei Minuten. Ja, Digga, Alter, das ist schon irgendwie komisch, ja? Sag ich dir so, wie es ist. Keine Ahnung, was mit dem Bruder passiert ist oder wohin der da abgedriftet ist, aber das ist schon auf jeden Fall eine etwas verstörende Geschichte. Lass uns das mal kurz angucken hier, komm. Es ist echt traurig, dass es echt Leute gibt im deutschen Bereich, die den Teufel anscheinend irgendwie in ihre Musik involvieren und da irgendwie, keine Ahnung, Alter, was die genau machen, aber anscheinend da irgendwie auf diesen Energien unterwegs sind und ich find das gefährlich. Weißt du, wie ich mein? Davon muss man die Leute bewahren und deswegen gucken wir uns das kurz an. So, passt auf, wen ihr euch reinzieht. So, guckt da genau hin, wer welche Sachen verbreitet, wer über welche Dinge redet, wer für was steht. So, und meiner Meinung nach solltet ihr nur Leuten folgen und Leute hören und Leute supporten, die eine gute Message haben, die daran glauben, dass das Gute am Ende des Tages auch gewinnen wird und nicht Leute, die den Teufel supporten oder irgendwelche satanischen Geschichten und Zeichen posten und so. Das ist einfach nicht gut für die Menschheit generell. Deswegen will ich darauf kurz aufmerksam machen. Lass mal kurz reinziehen hier, komm. Mit solchen Aussagen oder solchen Rap-Lineern hat sich U4R in eine nicht so beliebte Situation gebracht. Es gibt viele Fans, die seine Tickets verkauft haben und verständlicherweise auch seine Musik nicht mehr hören möchten. Und dann gibt es auch verbänderte Fans, wie diese hier zum Beispiel, die das alles als gute Promo darstellen oder sagen, lass den doch diesen Shit feiern. Bro, what the fuck, man. Wir reden hier nicht von Kleinigkeiten oder von einem kleinen Mistake, den er gemacht hat. Wir reden hier von Satanismus. Warum macht der das, Digga? Was ist los mit dem, Bro? I like that. Wie können Leute das geil finden? Wie können Leute das... Das weiß doch jeder in seinem Herzen spürt, dass das nichts Gutes ist. Das sage ich dir ganz genau so, wie es ist. Weiß nicht, warum... Was denkt ihr, warum Leute sowas machen? Warum Leute so eine teuflischen Sachen posten? Und zu so komischen Sachen aufrufen und so. Nicht in den letzten Tagen so passiert bei UFO361. Start mir mit der für mich am schlimmsten... Guck mal das an, Digga. Wie kannst du sowas posten, Digi? Wie kannst du sowas... Wie geht das, Bro? Diese Devil-Vibes sind... Ey, das ist so traurig, Digga, dass es Leute gibt, die das echt so nach vorne tragen. Weißt du? Ich weiß nicht, Digi. Sache von ihm, dem Livestream. Leider war ich da nicht dabei, hab aber nur TikTok-Ausschritte gesehen und war wirklich geschockt. Also richtig, richtig geschockt. Anscheinend hat er auf Instagram gestreamt und hat dann dieses Foto hier die ganze Zeit laufen lassen. Ich weiß nicht, was... Was machst du? Die realisieren wahrscheinlich, dass die mit dem Scheiß... Also weil... UFO war ja damals ein richtiger Rapper, ne? Der hat ja so Battle-Rap gemacht, dies, das, äh, äh, Rap am Mittwoch und hat auch so Conscious-mäßig gerappt, halt so Rap-Rap-mäßig so, ne? Und irgendwann hat er halt angefangen, diese ekligen Sachen zu pushen und dann ist er erfolgreich geworden. UFO ist erst richtig erfolgreich geworden, als er angefangen hat, so Spucke aus seinem Mund rauslaufen zu lassen, Digga. Irgendwelche, die ganze Zeit Ollen zu filmen und irgendwelche heftigen Alkohol-Ex-Eskapaden und so. Dann ist der Bruder erst erfolgreich geworden. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Leute merken, dass wenn die diesen Scheiß pushen und den Scheiß supporten, dass der, dass der Teufel, die, weißt du, der schenkt denen was dafür. So. Er gibt denen Erfolg, Geld, diese ganzen Sachen und dann glaube ich, denken die, okay, wenn ich das pushe, dann läuft bei mir, also mach ich weiter. So, das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, weil von alleine ein normaler Mensch, Digga, jeder hat Gott in seinem Herzen drin. Ein normaler Mensch, der Gott in seinem Herzen drin hat, der würde niemals einen Livestream machen und so ein Bild einposten die ganze Zeit. Nicht für Promo, nicht für gar nichts. Bedeuten soll, wusste aber, dass es nichts Gutes sein kann. Haben wir dann recherchiert, was das bedeutet, genau, und es war nicht so nice, dass es zu recherchieren, weil ich mag es überhaupt nicht. Und es ist folgendes, es ist das hier, dieses Ding, Barfumet, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Und es wird heutzutage als Dämon dargestellt. Und was zu Livestream und das als Message den Leuten mitzugeben, ist ein bisschen zu heftig. Auch mit solchen Leidens. Wie viele junge Leute den auch hören, weißt du wie ich meine, so wie viele Leute dazugucken Digi und das dann auf einmal vielleicht attraktiv oder geil finden und dann auch anfangen diese Bilder zu posten und darüber zu reden und so. Und ich sage dir, sobald du anfängst, das zu glorifizieren, Digga, wie es sein soll, solche Lines zu droppen, aber Leute feiern es einfach. Versteht nicht, was an euren Köpfen abgeht, tut mir leid. Zu dem Ganzen tun Opho noch so kleine Botschaften immer in seine Videos packen, wie ein Pentagramm beispielsweise am Ende seines Videos. Auch mit solchen Aussagen wird das alles nicht besser. Ich würde sagen, es will Digger. Höllisch mohren, das ist ein Schell. Und trotzdem, Digger, der ist verloren, der Bruder, ja? Das kannst du doch nicht, Bro, darüber muss man auch reden, Digi. Jeder gesagt haben, gibt es Leute, die ihn blind hinterherfeiern. Warum? Ich check's nicht, wie man sowas supporten kann. Leute, es gibt sowas einfach weg und hört solche Musik nicht. Egal, wie sich ein Künstler feiern würde. Safe, Digga, hast du recht. So eine Scheiß-Abtät höre ich seine Musik nicht mehr. Übrigens, auch wenn es jetzt alles eine Promophase sein sollte, ist das für mich... Das ist keine Promophase mehr, Bro. Wie gesagt, du beeinflusst damit junge Kids, die dann anfangen, das zu glorifizieren und das nachzumachen und zu kopieren und so und du bringst damit den Teufel in deren Leben rein. Dafür musst du bezahlen später. Am jüngsten Tag wirst du dafür bezahlen, Digga. Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen für sowas so. Das ist keine Promo, Bro. Das ist keine Promophase auch. Das ist einfach teuflisch, Bruder. Und das ist nicht okay. Schlechteste Promophase aller Zeiten. Du generierst Aufmerksamkeit, doch für welchen Preis solche Livestreams zu machen, solche Aussagen, solche Botschaften in einem Video zu verteilen, das ist für mich keine Promophase. Tut mir leid. Glaub mir eine Sache, der Typ meint es 100% ernst und das ist halt einfach nicht cool. Und ich denke nicht mal, dass es das Geld in ihn ausgelöst hat, so einen Glauben zu haben. Ich denke mal, es ist schon irgendwie leicht angeboren sowas. Das recht, wenn du schon viel Geld hast, wozu soll... Nee, das hat nichts mit angeboren... Der Typ, der das Video gemacht hat, der kennt sich halt nicht so gut aus, so, ne? Das hat nichts mit angeboren zu tun, Diggi. Der hat irgendwann von irgendwelchen Leuten wahrscheinlich davon gehört, hat angefangen, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, hat angefangen, das zu glorifizieren und geil zu finden, hat gemerkt, dass es ihm sogar Erfolg bringt, so, und ist dann immer tiefer reingegangen, so. Weißt du? Was für angeboren. Wir sind als Menschen erstmal alle gut. Wir sind Liebe, weil wir im Optimalfall auch aus Liebe entstanden sind. Jeder Mensch ist erstmal gut und ganz tief drin ist auch UFO 361 noch gut. Er muss einfach wieder rechtgeleitet werden. Ein paar Dämonen müssen ausgetrieben werden und dann läuft der Laden auch wieder, weißt du? Das Gute an Gott ist, dass Gott einem immer wieder verzeiht. Wenn du wirklich die Dinge bereust und wenn du wirklich versuchst, auf die richtige Seite zu kommen, wird er dich immer annehmen. Für noch mehr Geld dann sowas machen, also, ist nur eine Aussage von mir, die man nicht fühlen muss. Aber was ist eigentlich eure Meinung zu dem Ganzen? Schreibt es mir immer gerne in die Kommentare, feiert ihr Ufer trotzdem noch, hört ihr trotzdem noch seine Musik oder ist es vielleicht auch ein bisschen too much, das Ganze und deswegen hört ihr sie auch nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie ihr bei dem Thema umgeht. Indie gehört, werde ich ihn trotzdem in der nächsten Zeit auch nicht hören, logischerweise und ja, deswegen noch. Krass, was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Heftig, ich schwör's dir. Also, ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich das traurig finde, dass es auch, wie lange ist denn dieser Livestream her? Dass es halt im Deutschrap-Bereich auch immer mehr Einzug nimmt, so und dass Leute immer, ja, das ist einfach nur traurig, bro. Devil it out, motherfucker, hört den Scheiß nicht, supportet den Scheiß nicht und, ja, Digga, was soll ich dir dazu noch mehr sagen? So, ich frage mich, warum hat er kein Hate bekommen? Alles kontrolliert vielleicht? Fragezeichen. Oder wie viele, wie viele, wie viele Stars in Amerika, ähm, pushen Devil shit, so, machen Songs darüber, erwähnen das in ihren Songs. Wie viel Hate hast du da gesehen? So, die kriegen kein Hate dafür, bro. Die Welt ist halt leider so aktuell, dass gerade in diesem Online-Social-Media, Hollywood-Musik-Bereich ein Großteil von den Leuten da gar nichts gegen hat, wenn du Teufels-Scheißes supportest, so weißt du? Im Gegenteil, die göttlichen Leute werden bekämpft. Die werden als verrückt dargestellt. Die bekommen Hate, weil die eine gute Message haben, so. So, weißt du, was ich meine. Deswegen, das wird gar nicht bekämpft und es wird von Leuten noch nicht als skeptisch betrachtet, weil einfach der Teufel überhand genommen hat in diesen Bereichen so. Es müsste eigentlich so sein, dass man dafür Hate bekommt. Und es müsste auch eigentlich so sein, dass man dafür mehr Hate bekommt, als wenn der Leon Lovlog sich ins Treppenhaus hinsetzt und sagt, dass Corona ein verfickter Scam ist, bro. Aber die Welt ist halt nun mal so, dass es nicht so ist, weißt du? Und das hoffentlich wird sich irgendwann verändern. Weil auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass ein generelles, spirituelles Erwachen so stattfindet, dass immer mehr Leute verstehen, was gut ist und was nicht gut ist und immer mehr Leute auch Dinge kritisch hinterfragen und wach werden. Weißt du, wie ich meine? So. Und man kann einfach nur dazu beitragen, dass immer mehr Leute halt den richtigen Weg finden und verstehen, was man wirklich supporten kann und was nicht so. Und ja, was soll ich dir sagen? Jo, das ist Ciao. So ein Treppenhaus-Ding bekommt Skandal, aber so ein UFO-Balenciaga-Devil-Shit wird abgefeiert. Da merkst du, in was für einer Welt wir uns befinden, Klausi.